Ja, hallo ihr Lieben, es ist mein Video-Blog, meist rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Bevor es losgeht, es gibt einen neuen Kurs, den Antidrama-Kurs oder die Drama-Fasten-Kur, haben wir den genannt, warum ich den super wichtig finde für euch, sage ich dann am Ende wieder nochmal. Auf jeden Fall gibt es den jetzt zum Frühbucherpreis. Ersten Juli geht es los, Link ist in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten geht es heute um Benching. Benching ist so eine Dating-Strategie, also das gute alte Warmhalten und da haben wir hier eine Mail dazu. Und ja, ich würde mal sagen, wie ich denke, wie man damit umgehen sollte. Vor allem wollte ich mal wahrnehmen, dass das Benching ist, also Warmhalten. Ja, von der Zuschauerin. Hallo, ich wollte mir mal deine Meinung zu einem Tinder, ja ich weiß, Honor Dating ist eine eigene Welt, Date einholen. Seit zwei Wochen date ich einen netten Mann, der am Anfang sehr zuvorkommen war. Ja, am Anfang sind eigentlich immer alle nett, ne? Er macht mir unzählige Komplimente und wir küssen uns und wollten uns wiedersehen. Ja, also ich würde ja immer uns, ich weiß, Komplimente ist bestimmt was Schönes, aber zu viel ist oft Lovebombing irgendwie und. Aber gut, er erzählte mir, dass er sowohl Spät- und Frühschicht hat und deshalb wahrscheinlich nächste Woche, wenn er Zeit hätte. Wer sagt sowas? Was denn noch? Nachtschicht auch noch irgendwie. Ich kann, also das ist eine neue Sache, wo man nicht kann. Ich habe Spätschicht und Frühschicht. Ja, geht einfach gar nicht. Es geht gar nicht. Aber ich kann nochmal wieder sagen, ich meine, gestern war auch, es gibt ja auch so eine Facebook-Gruppe von Liebeschipplern, könnt ihr auch, Liebeschipp-Exkalibur heißt die, könnt ihr auch gerne reinkommen. Da wurden so Ausreden gesammelt, die ich mal in Videos gesagt habe, echt super lustig. Also letzten Endes, wenn jemand nicht kann und nicht will, zählen nur die Fakten. Also es findet kein weiterer Stage statt und warum und wieso, also meiner Ansicht nach, wenn jemand wirklich Bock hat, also dann trifft man sich eben in der Nachtschicht oder ich weiß es nicht, wäre es kein Problem. Also, aber, naja, aber gut, wollte ja nicht zu streng sein, aber das, ich habe sowohl frühstellt, also, ach Gott, das ist hier, Leute, das ist hier so crazy, ey. Ich wollte nicht so oft schreiben, da ich lieber richtig date, ja, gut. Er schlug dann einen, ja, den Donnerstag vor, sich ganz spontan zu treffen bei ihm zu Hause. Also, okay, also hat ja immerhin doch noch geklappt. Ich sagte ab, da ich das hätte nicht konnte und schlug aber direkt einen Sonntag an Date vor, um ihm zu zeigen, dass ich definitiv interessiert bin. Er meinte, Sonntag klinge ganz gut, aber er muss mal schauen. Okay, ich teilte mit, dass ich ihn, nee, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Er war auf einmal etwas kürzer angebunden und machte sexuelle Anmerkungen im Chat. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde ja schon, bevor man überhaupt Sex hatte, sexuelle Andeutung zu machen, finde ich schon weird. Also, finde ich weird und könnte mir vorstellen, ich kenne den natürlich jetzt nicht, aber dass ein Mann ist, der schnell Bestätigung, Bettsport sucht, bloß, bloß, finde ich, warten irgendwie. Und viele Frauen machen das beim Dating, dass sie Männer ein bisschen warten lassen und zu gucken, wie ernst sie das jetzt meinen. Und das ist auch eine gute Strategie und du siehst schon, du machst das eigentlich auch, jetzt nicht absichtlich, lässt sie ein bisschen warten, sagst ein Date ab und machst gleich ein neues aus. Und siehst schon, bam, Interesse geht schon nach unten. Und ja, das ist vielleicht jemand, vielleicht sieht er super gut aus. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt so viel Energie reingibst, keine Ahnung. Deswegen, ja, der wird wahrscheinlich schon drei andere klargemacht haben und Sonntag ist, dann hat er vielleicht, vielleicht hat Donnerstag, ich weiß nicht, ich rede immer so negativ, aber das ist Online-Dating. Vielleicht hat Donnerstag irgendjemand abgesagt, da solltest du dann reinrutschen, aber Mittwoch ist schon jemand anders wieder. Wissen wir alles nicht, aber so richtiges Interesse sieht anders aus. Ich meine, ich verstehe schon, er macht die Komplimente, er küsst dich, aber vielleicht ist er ungeduldig. Hört sich nicht an wie jemand, der jetzt genau dich auf dem Schirm hat und genau dich weiterreden will und das willst du eigentlich. Und mit diesen Anmerkungen im Chat, ich finde es super weird und, aber ich weiß nicht, ob das heutzutage normal ist, aber keine Ahnung, super cringe eigentlich. Es sei denn, was ja auch bei Tinder oft ist, das ist für mich ein Zeichen, ich bin auf schnellen Sex aus, was ja auch legitim ist, aber ich weiß nicht, ob du das suchst, sonst würdest du mir glaube ich nicht schreiben. Und nicht mal das klappt. Ich teile dir mit, dass ich ihn auch ganz gut finde, aber nicht nur überkörperlich schreiben will. Sehr gut, Stoffen hat das auch sofort gelassen. Sonntag meldet er sich nicht. Gut, ich sage ja immer, ich meine, er macht mal in den Datingkurse, da ist eine alte Situation eigentlich aufgeführt, keine viele Leichtdates machen. Wenn jemand sagt, ich muss mal schauen, dann ist es, ja, dann datest du eben jemand anders am Sonntag oder machst gar nichts, da gehst Blumen pflücken oder dein Auto waschen oder ich weiß nicht was. Aber auf jeden Fall ist es dann, ist es nicht vielleicht, sondern nein, es ist kein Date. Und dann müsst ihr den Leuten auch sagen, nee, du, weißt du, wenn du kein festes Date, also das ist ja der richtige Umgang damit ist, zu sagen, du, wenn du kein festes Date ausmachen kannst, dann melde dich, wenn du was Definitives weißt. Und dann schult man die Leute auch gleich, dass sie nicht mit vielleicht-Dates kommen, sondern dass sie feste Dates abmachen. Und wenn nicht, dann, ja, kugelt er eben wieder raus, ist er eben fertig. Aber jetzt wartest du und bist enttäuscht, also deswegen keine vielleicht-Dates. Also er meldete sich nicht sonntags, hat aber bei WhatsApp regelmäßig Storys hochgeladen. Ich frage mich immer, welcher Mann lädt regelmäßig Storys hoch bei WhatsApp? Also ich finde es ja irgendwie unpolar, aber vielleicht bin ich die falsche Generation, keine Ahnung. Ich kann nicht auf die Idee kommen den ganzen Tag. Und auch das würde ich mich wieder fragen, warum? Also hält er so seine Followerschaft bei Laune, schreibt er sich mehreren? Also das sind alles Sachen, Fragen, die man sich stellen muss. Aber du hast natürlich vollkommen recht, jemand, der den ganzen Tag Storys posten kann, der hätte dich auch treffen können. Leider ist das Interesse schon wieder erlarmt und das ist kein gutes Zeichen. Und wie gesagt, ich weiß das nicht. Also ihr müsst wirklich da cooler werden und so rein ergebnisorientiert. Und gebt nicht Energie rein in jemand, der euch auf die Wartebank setzt irgendwie so. Und klar, das kann man vielleicht nicht gleich wissen auf dem ersten Date, aber dafür datet man ja. Und muss man jetzt auch nicht böse sein und vielleicht kommt auch noch Interesse rein wieder. Aber seht es so vom Date zu Date und interpretiert nicht irgendwas rein in ein Date so. Und jetzt geht es schon wieder runter und wir wollen ja einen Datingprozess haben. Ihr wisst ja, ich habe ja auch Videos darüber gemacht, die vier Merkmale eines gesunden Datingprozesses. Das ist einer davon, das ist Kontinuität und dass die Sache sich auch weiterentwickelt. Und das ist hier schon nach Date 1, ist die Kontinuität schon im Arsch. Also mein Rat ist immer, ich weiß nicht, vielleicht findest du dir sowas hot oder so, aber Menschen zu daten, die richtig Bock haben, einen zu daten. Die sagen, ey, tü, ich sage alles ab. Ich sage, goldene Hochzeit meine Eltern ab. Ich date dich. Ich wechsle das Land. Ich wechsle die Religion. Ja, ist nicht ganz so, aber einfach Bock haben, euch zu daten, so, ne? Ja, zu viel Bock wäre vielleicht auch wieder nicht, also zu nidi wäre vielleicht auch wieder nicht gut, aber ich wüsste schon, was ich meine. Okay, ähm, so, erst gegen, äh, 23 Uhr meldet er sich und wünscht mir schöne Träume und entschuldige dich dafür, dass er sich nicht gemeldet hat. Aber kein weiterer Vorschlag für ein Date oder irgendein Grund, um er sich nicht gemeldet hat. Keine Zeit. Ich würde da sagen, andere gedatet, aber vielleicht bin ich, wie sagt mich, dazu zu negativ. Ähm, und, äh, ja, und wie viel Energie kostet das, ne? Ich meine, er arbeitet schon mit Storys auf WhatsApp, ne? Also das sagt mir schon wirklich, dass er unter Umständen größeren Teil an Menschen bei Laune halten will. Und wie, wie viel Energie hat er jetzt reingegeben? Ich meine, er hätte dich auch anrufen können oder, oder lange Sprachnachricht und, äh, und natürlich mit einem konkreten Date. Stattdessen, ja, das ist Benching, ne? Wirst du warm gehalten, ne? Für, wenn's mal, könnte ich wetten, wenn mal irgendwas an, wenn sich nichts weiteres ergibt, da müsst ihr wieder rausgekramt. Da musst du aber auch ganz spontan jetzt können, sonst, ähm, ja. Äh, ich hätte mich erst mal nicht bei ihm gemeldet. Äh, ne, jetzt bin ich eins soweit wieder, sorry. Am nächsten Morgen schrieb er mir direkt, um, äh, ganz früh morgens an der Nachricht immer einen schönen Tag zu wünschen. Ja, wie viel Energie kostet das? Fünf Sekunden, ne? Keiner mit Autofill-in irgendwie, äh, kann er sich, äh, irgendwie Texte anlegen. Fünf Sekunden dauert das, ne? Ähm, klar, es klingt erst mal, äh, es denkt erst mal, ach, ist ja nett, aber es passiert ja nicht. Das ist Benching, was, es gibt's heute so viel, dass Leute, das höre ich immer wieder, dass es geschrieben wird, aber es wird sich nicht getroffen. Also, ich weiß nicht, was ist mit der Welt los, Leute, ich weiß es nicht, aber, ähm, ich hab mich auch erst mal nicht bei ihm gemeldet, weil ich das Gefühl hatte, dass ich keinen Mann hinterher rennen möchte, beziehungsweise zum Daten tragen möchte. Ja, absolut. Ich weiß aktuell nicht, woran ich bin. Ja, bist auf der Ersatzbank, kann ich dir sagen, ne? Mein Investment habe ich etwas runtergefahren. Ja, ich, das wäre schon längst auf, bei Null bei mir, gar nichts mehr machen. Oder wäre auch schon längst aus Boyfriend-Material, wäre bei mir schon raus. Also, wenn du auch irgendwas kurzfristiges suchst, okay, äh, dann mach dich auf einen Booty-Call gefasst und dann, dass du dann antanzen musst, irgendwie ganz kurzfristig, ähm, alles Weitere wäre da für mich eigentlich raus, weil, einfach, äh, ja, macht nicht, was er sagt, legt sich nicht fest, kein Date. Das ist, sollte für euch dann Geschichte sein, ne, so ein Typ, ne? Egal, wie hot er ist, ne? Also, du schränkst dich hier schon viel zu sehr an, ne? Äh, ich hab mir nichts anmerken lassen, dass mich das gestört hat. Warum? Das ist, warum? Das ist mir immer so zu, co-abhängige Kommunikation. Oh, bloß kein, oh, bloß nicht, bloß nicht irgendwie, nee, du kannst ruhig sagen, ach, ja, ich meine, es bringt jetzt nicht mit jemandem zu streiten, den du gar nicht kennst, so, ne? Aber du kannst schon sagen, ach, finde ich scheiße, so vielleicht jetzt, äh, wie gesagt, man muss auch gar nicht, muss jetzt auch kein Paarberatungsgespräch mit ihm führen, so, sondern einfach zu sagen, äh, nee, das, sorry, ich bin nicht, bin nicht die Frau für vielleicht jetzt und, ähm, brauchst mir auch nicht schreiben, morgens oder abends melde dich einfach, äh, also würde ich das andersrum machen meiner Frau, äh, melde dich einfach, wenn du Zeit hast und wir was ausmachen können und nicht irgendwie fünf, drei Stunden vorher, ne? So, so würde ich das händeln, ne? Und da musst du auch nicht zu nett sein, äh, ich meine, ist ja auch nicht so nett zu dir, ne? Warum willst du immer nett zu Menschen sein, die nicht nett zu dir sind, ne? Ja, das macht irgendwie nur so am Rande wirklich richtig Sinn, so, jetzt mal eine Maus. Ich möchte ja nicht direkt ein Lidi rüberkommen, ja, nee, aber du kannst ruhig mehr sagen. Kennt uns ja schließlich erst zwei Wochen, nee, ihr kennt euch eigentlich gar nicht. Ich meine, ich verstehe schon, ihr habt rumgeknutscht, aber du weißt nichts über den, ne? Ich glaube auch, wir haben zu viel geschrieben, ja, aber, weiß ich, vielleicht bist du neu bei mir, also, wenn du mein Polaritätskonzept kennst, kannst du als Frau eigentlich, ja, du kannst als Frau auch zu viel schreiben, aber da ist das Limit viel höher. Er schreibt, äh, also er, ja, er schreibt zu viel, aber nicht aus Nidi-Gründen, sondern weil er dich auf die Bank setzt, ne, und dich da halten will. Für schlechte Zeiten, äh, meine Meinung. Und, äh, ja, ob das jetzt zu viele, also dich stört es ja nicht, also ich sage eigentlich immer, man soll nicht so viel schreiben, weil das Attraktivität, hoffe ich, senkt bei einer Frau. Das ist bei dir jetzt aber nicht der Fall, du findest ihn scheinbar super. Und, ähm, also da kann man sagen, also für dich schreibt er jetzt nicht so viel, äh, sondern er macht einfach keine Dates, das ist viel schlimmer, ne? Äh, glaube, vielleicht ist sein Interesse deshalb ein bisschen abgeflacht. Ich glaube, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, gar nichts, echt gar nichts. Das ist halt diese, diese, ähm, Leute, lange auf Tinder sind, konnte ich mir vorstellen bei ihm, dann, weiß ich nicht, hat man so eine Aufmerksamkeitsspanne und wenn das dann nicht sofort vorangeht, dann zack, habe ich schon wieder fünf anderen geschrieben, wenn der irgendwie zu den zehn Prozent attraktivsten Männern gehört, dann in der Altersgruppe, ja, hat er ruckzuck neue Matches und dann wird man auch so, kümmert man sich gar nicht mehr um eins. Das ist so typisch, typisch Online-Dating, typisch Tinder, ne? Also ich könnte ja mal schreiben, ob ihr das auch so kennt. Äh, kann man das noch retten? Naja, wie gesagt, ich, äh, wird da, also ich glaube, wirklich zu retten, das glaube ich nicht, weil er will ja scheinbar gar nicht das, was du willst. Aber klar, wenn du jetzt nur eine heiße Nacht willst, aber selbst dafür würde ich, also es ist schon meiner Ansicht nach der falsche Fokus zu retten, sondern der Fokus sollte immer sein, was sind deine Standards, ne? Was, was möchtest du? Und das, und der einfach, äh, der andere muss sich an dich da auch ein bisschen mehr anpassen und nicht nur du an ihn immer so, ne? Und, äh, da musst du ja jetzt gar nicht viel machen, wie gesagt, nur sagen, ey, weißt du was, melde ich einfach auf den Weg und muss mir jetzt hier nicht zusülzen. Kannst du auch so sagen, ne? Sag einfach Bescheid, wenn du Zeit hast für ein Date, ne? Und wenn du mich hier auf die Ersatzbank schieben willst, dann lass das uns lassen, ne? So, aber das kürzt einfach ab, so, ne? Äh, er zeigt aktuell wieder Interesse, aber ohne das Festmachen eines zweiten Dates ist mir das zu unsicher. Ja, das ist die heutige, das ist Dating 2023, ey. Okay. Was meinst du? Danke für deine tolle Arbeit. Ja, also, denke, habe ich genug dazu gesagt. Jetzt wollte ich noch was kurz sagen zum Dramakurs. Warum machen wir einen Dramakurs? Weil, ähm, ja, wenn mir das immer aufgefallen ist, oder ich kenne es von mir teilweise auch, äh, von früher, dass man so im Drama festhängt, dass man unbewusst immer wieder, äh, dramatische Situationen sucht, ähm, also nicht nur gefunden wird von irgendwelchen Pattern, die für einen vielleicht doch so stehen, sondern man selber auch einfach mit, äh, obwohl man sich das so wünscht, mit, äh, friedvollen, sicheren Beziehungen irgendwie nichts anfangen kann, immer wieder auf magische Weise immer wieder ins Drama geht. Und Drama kann sehr addiktiv sein, ne? Und vor allen Dingen, wenn man das schon lebenslang, äh, gewöhnt ist und man kommt immer wieder in so ein Leiden rein und, ähm, ja, und kann sich, kommt dann nicht in stabile, gesunde Beziehungen rein, äh, oder auch überhaupt ein stabiles, gesundes Leben, sag ich mal. Und um das einfach mal, da weitere Informationen zu vermitteln, da gibt es jetzt diesen Dramakurs, der ist so ein Mittelding zwischen einer Challenge und so einem Kurs, das heißt, das geht auch, wird auch so über 30 Tage ausgeliefert mit Aufgaben, aber es ist jetzt nicht so rein Aufgaben orientiert, wie es übrigens auch jetzt losgeht heute, ähm, das muss ich mal drüberlegen, heute geht, glaube ich, die Selbstbehauptungsschallenge los. Ja, da könnt ihr auch noch einsteigen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ich packe die Links unten drunter. Ciao. Ja, dann noch die Frage, ähm, zu den Kursen, äh, wie gesagt, den Paartherapie, äh, Kurs könnte ich dir empfehlen. Weil ansonsten, äh, hätte ich jetzt von Schaden sagen, Spiritualität und ein heiß geiles Leben. Manifestations-Challenge könnte ich mir gut vorstellen bei dir. Ähm, ja, ich glaube, da würde ich mal reingucken. Ja, in diesem Sinne, schick uns gerne mal ein Update oder mir. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ihr Lieben. ¶. was zum racing mate. 這是 eine weitere Waitwارgłąaway. Rçu.